und so weiter. Es hat sich schon einiges verändert. Und Sie meinen, nicht zum Guten? Nein, das meine ich nicht. Also, dass diese Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre eingerissen wurde, ich halte das für eine Katastrophe. Also, jetzt gibt es noch zwei Sichtweisen. Die nettere wäre, dass man sagt, es gibt jetzt nur mehr Öffentlichkeit, alles ist öffentlich. Ich finde aber, es ist jetzt alles Privatsphäre. Es gibt keine Öffentlichkeit mehr. Jeder fühlt sich natürlich nirgendwo daheim, als anywhere und benimmt sich dann auch so, als wäre er überall zu Hause. Und es ist natürlich, wenn niemand mehr eine Rolle spielt und immer nur als er selbst auftritt, sofort diesen wahren Wesenskern, von dem ich nicht viel halte, aber ich will Ihnen das lassen, wenn er den gleich offenlegt, gibt es keine Möglichkeit, als jede Sekunde gekränkt zu sein, weil man alles persönlich nehmen muss.